Hallo und willkommen bei vielblauem nichts Nummer 236 und wenn ich mich nicht völlig täusche im Moment. Ja, funktioniert mein Headset heute wieder besser. Ich habe nicht letzte Woche nach der Aufnahme festgestellt, dass wieder so ein statisches Rauschen drauf war, was ganz selten zum Glück nur passiert. Und wenn man es nicht bemerkt, bei der Aufnahme ist es natürlich eher ein bisschen blöd. Dann habe ich ein paar Filter drüber gewurschtelt, die es einigermaßen wegbekommen haben und beschwert hat sich zumindest keiner drüber. Also, ja, Hick hat wohl schon gepasst und jetzt habe ich Schluck auf. Sehr gut, ich habe nicht gerade gegessen, weil ich hier Stärkung brauche, bevor es hier losgeht und jetzt geht es ja gerade los. Naja, gut, ja, gehen wir es an. Ich habe ein paar Sachen, die ich irgendwo einstreuen werde, wenn es sich anbietet. Schauen wir mal. Gehen wir also erstmal die E-Mails. Nee, Quatsch, Blödsinn. Gehen wir erstmal die YouTube-Kommentare durch. Noch vorher mache ich aber Wettervorhersage, weil spannend. Also, was gibt es im schönen Meerling ab Samstag? Na, geh auf, hopp, hopp. Samstag 22 mit T-Stürmen. Na gut, Sonntag 24 Montag und Dienstag 26 und Mittwoch auch. Ja, das ist schon grenzwertig wieder. Könnte schlimmer sein, aber ist ausreichend für mein persönliches Empfinden. Ja, schau mal. Und dann geht es wieder weiter. Donnerstag 21, 19, 19, 18. Und da regnet es dann auch wieder. Ja, klingt wie Herbstphase schon langsam, was mich jetzt Anfang September schon ein bisschen wundert, aber nehme ich. Gut, ähm, ja. Also, YouTube-Kommentare. Dann gehen wir es an. Die sind ja überschaubar. Es gibt Leute, die sich schon lange nicht mehr blicken haben lassen. Keine Ahnung warum. Aber es ist halt so. Kann ich nicht ändern. Ähm, ja. Also, zum Bla, meint der MT Elite, genau 30 Minuten, die perfekte Mittagspause. Ja, das war nicht geplant. Ich habe, also, ich schaue da tatsächlich nicht genauer drauf, nur eben halt so ungefähr, dass es dann aber eher auf die Sekunde exakt 30 Minuten waren. Das hätte ich nicht gedacht. Plus, äh, bei YouTube die Runden auf, ist mir mal aufgefallen. Also, es sind 29, 59 und ein Bruchteil eher, aber macht nichts. Wenn man nicht gleich exakt macht, dann runden sie auch nach oben. Warum auch immer. Aber egal. Hm. Hm. Jo, er war übrigens auch der Erste, was sonst keiner gemerkt hat. Aber egal. Gut, dann, am Sonntag gab es eben den Import Report 007. Schön, gäh? Und da sagt der Tabi, nice. Und der NLK-Designman, hallo NLK, vielen Dank für eine weitere Folge dieses interessanten Formats. Schaut er mit Bla zusammen am liebsten. Ein paar wenige dieser Spiele besitzt auch. Ich sollte weiter so machen. Seinen Like habe ich. Und er hat dafür vier Likes bekommen. Und der MT Elite hat drei Daumen gezeigt. Sehr gut. Gut. Ja. Ja, wie gesagt, es sind noch einige Folgen auf Lager. Momentan ist gerade ein bisschen... Also, auf die nächsten Wochen und Monate sehe ich relativ wenig Spiele, die ich mir importieren will und oder werde. Deswegen keine Ahnung, wann es dann weitergeht mit Folgen. Also, wenn... In der Mittelfristig ist gedacht, ich mache es halt immer dann, wenn es sich ergibt. Aber das... Jetzt holen wir ja erstmal auf, was aber noch ein bisschen dauern wird. Und, äh, ja. Schauen wir halt mal. Gut. Dann, äh, der Heide Hinkel meint schön. Das ist kurz und kompakt. Und der Tokio geht auf die Spiele wieder ein. Er meint, so. Also, dann muss ich gar nicht nachgucken, welche ich in der Hand hatte. Das ist schon mal gut. Bei Clenet stellen ihn auch diese super cool Augen ohne Nase. Mit solchen Charakter-Signs kann man ihn meistens jagen. Ja, das geht mir eben auch so. Das ist ja auch... Das hier ist das zweite Clenet. Das habe ich ja auch gesagt. Ich hatte ursprünglich die Playstation-Version. Die habe ich dann verkauft jemandem und habe dafür die Switch-Version genommen, weil ich halt bei, ähm, Visual Novels dann schon gerne, äh, einen Handheld-Modus nutzen möchten, können möchte. Äh, was ich tatsächlich in letzter Zeit aber weniger mache, weil ich so mit der Brille und dem Abhalteabstand in mir, das ein bisschen lästig ist, ähm, ist so, wie siehst du, dass er irgendwie doch am Fernseher gerne bequemer ist. Weil, wenn ich die Muße finde, zu spielen oder zu lesen, dann sitze ich doch meistens vor. Da kann ich auch mich noch vor die Glotze hocken, außer manchmal im Bett. Aber, äh, bin jetzt eh schon länger nicht mehr zu einer vernünftigen Visual Novel gekommen. Und mit Chaos Child wird sich das nicht ändern, weil ich das nicht mag, aber ich werde es mir ins Regal stellen. Na gut, schauen wir mal. Äh, wieso hat es Food Girls eigentlich nicht in den Import-Only-Bereich das Heft geschafft? Hätte es sich doch angeboten, wenn es wirklich nur in Japan verfügbar ist und ein bisschen Import tut immer gut. Ja, ähm, also es ist nur in Japan erhältlich die Fortsetzung auch. Was mich immer noch wundert, wenn das Ding schon übersetzt wird und gibt es nicht mal digital, aber es ist Tatsache so. Ähm, ich könnte jetzt annehmen, dass wir da andere Sachen hatten, also nicht alles, was denkbar ist, muss man auch ins Heft drücken. Äh, spielt aber zum einen, unter anderem auch mit rein, es ist halt doch primär eine Visual Novel. Und Visual Novels als Import-Tests sind, äh, nicht so, wie soll ich sagen, gefragt von den Entscheidern. Äh, und, äh, ich habe eigentlich die überwiegend, letzte Zeit weniger, muss ich zugeben, so die Haltung, wenn es mein eigenes Spiel ist, warum, also, also ich kaufe nicht was damit, dass ich mehr Arbeit damit mache, wenn es auch anders geht. Also es ist, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, Playdate ist natürlich, äh, habe ich mir doch die Arbeit mitgemacht, aber da gab es halt auch nichts anderes in dem Moment, äh, zum Füllen. Also es ist nicht auszuschließen, dass Food Girls nochmal auftaucht, wir haben auch nicht, äh, keine ganz strikte Regel, dass nur neue Spiele drin sein dürfen, plus Food Girls 2 ist noch nicht alt. Ich kann tatsächlich sagen, das Spiel, was im nächsten Heft sein wird als Import-Test, das hat ein paar, paar Tage schon auf dem Buckel oder auch Jahre, wenn man so will. Aber, das gibt es bei uns nicht, und demnach haben wir es, und man kann es auch noch, wenn man danach sucht, finden, zum Kaufen, deswegen kommt das noch vor, und das wird andere Spiel vielleicht auch tangieren. Und wie gesagt, Prio haben immer neue Sachen, aber die müssen halt auch erstmal da sein. Ich kann zum Beispiel sagen, da schmeiße ich es hier kurz rein, heute hat, äh, Taito angekündigt, dass das EGRE 2 Mini Ende des Jahres, am 22. Dezember, eine Erweiterung bekommen, eine SD-Karte mit 10 Spielen, das ist zum Beispiel perfektes Import-Material dann. Die könnte zwar, wird vermutlich auch bei, bei Strictly Limited dann auch im Angebot landen, würde ich davon ausgehen, aber dann ist die Frage, wann kommt die raus, weil da, die wird verkauft mit einem, äh, mit dem Strategy Guide Teil 2, und wenn das, äh, wenn das mit ein Grund war, warum sie es jetzt so lange hingezogen hat, dann wird es länger dauern, aber landet wahrscheinlich dann auch im Import-Bereich. Egal, jedenfalls, das wäre sowas, aber es ist dann noch, oder halt jetzt das Astro City Mini V, oder halt Spiele, aber dann muss es halt welche geben, die wir haben, oder die man sich jemand freiwillig kauft, oder finanziert, wie auch immer. Jetzt, in absehbarer Zeit wird es auch ein recht großes Mal geben, wo wir dann auch, ja, werdet ihr sehen. Egal, also jedenfalls, gibt es vielerlei Gründe. Taikon und Hatsuzi und Rollenspiele, kannt ihr jetzt ja noch nicht, hört sich aber witzig an. Ist es auch? Das gibt es, wie gesagt, bei uns als Download, aber das, ich glaube, das Modul ist, wenn man es, wenn es noch gibt, ich habe nicht nachgeguckt, dann wird es billiger sein. Ja, das ist witzig. Jetzt kommt ja jetzt das richtige Taiko demnächst auch wieder, aber das ist halt eine nette Abwechslung, bis auf die arg häufigen Zufallskämpfe. Gehört zu Root Double auch Root Letter? Ne, das hat gar nichts miteinander zu tun. Root Double ist auch schon ein paar Jahre alt. Ich weiß gar nicht, war es ein PC-Spiel? Ist halt eine einigermaßen namhafte Visual Novel, die jetzt, ich habe da reingeguckt und sie hat mich jetzt nicht so begeistert. Sie wirkt auch altbacken, ist halt tatsächlich so. Root Letter hat mit nichts, Root Film ist von der gleichen Firma wie Root Letter, hat aber inhaltlich auch nichts miteinander zu tun und geht auch in eine ganz andere Richtung. Also Root Double geht in eine ganz andere Richtung, hat auch, ja. Und das kam übrigens dann auch relativ zeitgleich bei uns auch raus auf Switch. Bloß, das hat mir dann nichts mehr geholfen, weil ich es da schon bei PlayAsia vorbestellt und bezahlt habe. Man konnte, glaube ich, diese Limited-Geschichten nicht stornieren, auch was mich geärgert hat, aber ist halt jetzt so, naja. Und Lars Lappin sagt ihm auch nichts, aber es hört sich auch nicht verkehrt an. Das muss ich endlich doch mal spielen, das ist so peinlich. Das ist so Deception-mäßig, glaube ich, ein bisschen. Also es scheint, die Meinungen gehen auseinander, ich fand es aber auch sehr interessant. Das gab es auch mal, die West-Version bei Strictly Limited und ich habe keinen Schimmer, ob und wann die rausgekommen ist. Ich weiß, dass es zur Zeit, wie ich das Ding importiert habe, noch lange nicht fällig war, aber es ist natürlich auch schon länger her. Egal. Gut, das ist so viel zum Import-Report. Wie gesagt, der war, ja. Mir hat es auch Spaß gemacht. Also die Zuschauerzahlen sinken inzwischen ordentlich, aber die Leute, die es anschauen, denen gefällt es scheinbar einigermaßen. Demnach, ja, könnte schlechter sein. Müssen wir mal gucken. Nächste Woche gibt es ja auch wieder. Schmeiße ich das hier auch kurz rein. Nächsten Sonntag gibt es, ja, Vorschau. Machen wir kurz die Vorschau. Nächste Woche gibt es zwei Eatings, zwei Drinkings, die wahrscheinlich massiv spektakulär sind. Lasst mich gucken. Ich weiß es gerade auch nicht. Wo sind wir denn? Oh, jetzt sind wir schon vor... Moment. Ich habe mich verdrückt, oder? Ja, habe mich verdrückt, offensichtlich. Was ist denn hier los? Sag mal. Jetzt. Alles immer... YouTube Studio ist ein bisschen ein seltsames Biest, aber das passt ja auch zum Konzern. So, okay. Den Import Report natürlich. Dann gibt es das Eating Nummer 300. Das ist jetzt aber keine besondere Feindlichkeit. Das ist halt etwas. Ja, das ist etwas. Und dann gibt es wieder ein Getränk und noch ein Getränk. Ah ja. Ja, ist ganz okay-isch. Und zwischendrin, ich habe es diesmal auf Mittwoch terminiert, gibt es was ganz... Ein spektakuläres Experiment. So heißt das Video auch. Das werdet ihr dann sehen. Ja. Ja. Oder ihr könnt es dann konsumieren. Zwinker, zwinker. Aber es ist kein Eating und kein Trinking. In dem Sinn. Nein, das auch nicht. Okay. Ich wollte gerade gucken, was im nächsten Import Report drin ist, damit ich mir das jetzt vor meinem inneren Auge verbildlichen kann. Blubber. So. Ah ja. Okay. Mhm. Ja. Ja. Ja, gut. Ja. Ja. Werdet ihr dann sehen. Jetzt weiß ich es wieder. Schön. Ähm. Übrigens auch das kurz reingeschmissen. Jetzt noch, wo Leute zuhören. Blaze hat für die Evercade AXP jetzt den Termin und die Bonus-Features verraten. Termin ist der 24. November. Das geht mehr und weniger Hand in Hand damit, dass auch IREM und Thorplan für November angekündigt waren und die Module normalerweise immer an Monatsende kommen. Ja. Gut. Und sie haben, der Bonus-Content ist exklusiv 18 Capcom-Spiele. Nur auf dem Handheld aktuell. Und halt so die Klassiker. 1942, 1943 und Ghost and Goblins und so. Na, lass mich die Liste nachschauen, bevor ich was Falsches erzähle. Äh. Da haben wir sie. Ja. 1944 ist auch dabei. Kommando. Halt. Halt gelogen. Ghost and Goblins sind nicht dabei. Erstaunlich. Ghost and Ghost ist dabei. Warum nicht Ghost and Goblins? Naja. Ein paar davon sind Tate Mode. Und gibt es auch vier Konsolenspiele. Mega Man 1, 2 und X. Und Breath of Fire. Breath of Fire finde ich spektakulär. Tatsächlich, weil die anderen gibt es alle auch auf den normalen Konsolen. Aber Breath of Fire könnte ich mich nicht erinnern, dass es nach dem GBA mal noch eine Neuauflage davon gab. Also, ja, hat was. Die Leute sind teilweise ziemlich stinkig, weil also die Nicht-EXP-Käufer sagen, warum kriege ich keine Capcom-Spiele? Und Blaze sagt, ja, weil es nicht anders geht aktuell. Also entweder so oder gar nicht. Schauen wir mal, ob dann mal irgendwann ein Modul nachkommt. Also, ich würde es verkraften. Ja, wir werden es abwarten. Ich habe es mir bestellt. Ich hoffe, sie kommt dann auch pünktlich. Alles gut. Aber ich muss zugeben, dass ich die Egret-Geschichte spannender finde. Aber da ist halt wieder alles ein bisschen schwieriger. Ich habe mir den Amazon-Artikel auf einen Bookmark gelegt, damit ich immer anklicken kann, wann es jetzt geht. Weil nämlich, ähm, das geht noch nicht jetzt. Und, äh, Taito hat sich auch bei Twitter auf Japanisch entschuldigt, dass es noch nicht geht. Bis, bis zum Ende der Woche soll sie das behoben sein, sagen sie. Naja, Ende der Woche heißt dann wahrscheinlich, ja, wirklich Sonntag. Ich hoffe mal, es ist bald. Weil das kann man nur bis, bis zum 20. und 21. September vorbestellen. Und das ist also eine Made-to-Order. Sprich, wenn die Vorbestellphase rum ist, dann werden so viele produziert. Und das war es dann. Ups. Also, wahrscheinlich ein bisschen, bisschen Ersatz, wenn was kaputt sein sollte. Also, wir werden es sehen. Jedenfalls, äh, ich bin eigentlich eher am Rätseln, wie das funktioniert mit der SD-Karte. Kann ich die nicht einfach kopieren? Wahrscheinlich offensichtlich nicht. Naja, wurscht. Jedenfalls, zehn irgendwelche mehr oder weniger obskure Taito-Spiele als Bonus. Und die würde, die nehme ich natürlich. Preis 60 Euro ist mit so im Guidebook dabei. Naja, nicht ganz billig. Aber wenn man die Dinger als ACA, äh, als Arcade-Archive auf der Switch kaufen müsste oder könnte, würden sie auch nicht billiger werden. Also, passt schon. Sehr cool. Äh, freue ich mich drauf. Und, äh, mal gucken. Aber, jetzt habe ich eben auch Vorlage gestellt. Aber gut zu wissen, dass es ein Bug ist bei Amazon quasi und kein Feature. Dass es nicht nur Japaner vorbehalten ist. Das wäre sehr ärgerlich. Aber so wird es wohl nicht sein. Gut, okay, ähm, ja. Ja, dann war es das. Ich glaube, erst mal in der Hinsicht. Gut. Dann, äh, na nun. Erstes Eating war Rewe Bestival Käsesnack. Das ist ein uraltes Video. Das ist von irgendwann vom letzten Sommer, wo es bis jetzt rumgegambelt ist, weil ich immer was anderes vorher hatte. Und, äh, Steffen Mayer meint erstaunlich, dass es tatsächlich Käse ist. Ich habe ehrlich nicht mal im Kopf, was ich da gegessen habe. Aber ich glaube, da war Käse wirklich drauf und nicht bloß irgendwie Pulver. Aber egal. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich es fand. Ich glaube, es hielt sich in Grenzen. Und der Tokio meint, Rewe ist teuerste Wahl. Und ich campeere den Gag nicht mehr, weil ich natürlich mein Video nicht mehr kenne. Aber macht ja nichts. Ihr habt es gesehen. Ihr versteht es bestimmt besser. Dann, ähm, das erste Drinking war Amike Plus für ihn. Extra für den Mann. Der MT Elite meint für ihn. Also nicht für Vibe und Diverse. Und sowas im politisch korrekten 2022. Und der Tokio meint Skandal. Ja. Ihr seid schlimm. Schlimme Burschen. Pfui. Ähm, es gibt tatsächlich ein Amike Plus für sie auch. Also Frauen werden schon bedacht, aber die kriegen halt ihre eigene Mischung. Das kann man jetzt wieder auch sexistisch finden. Oder halt auch, äh, wie soll ich sagen, rücksichtsvoll. Ich habe vergessen, was da draufsteht da gleich wieder. Also es geht schon ein bisschen in die Klischee, dass Frauen ein bisschen sanfter das Zeug brauchen. Und dann Männer mal so herzhaft und so. Aber gut, dann habe ich mir gedacht, eins reicht. Naja. Und der Tokio meint noch, Ulrich bringt seinen kleinen Steppberger nach oben, aber der Karottensaft lässt ihn erschlaffen. Auch hier kann ich den Gag nicht mehr in Kontext setzen, weil ich dazu das Video angeschaut haben müsste, was ich nicht habe. Egal. Gut. Ähm. So. Dann. Mein, das andere Social-Ding war Kühne Knuspererbsen Meersalz. Auch das ist ein uraltes Video. Und da kann ich mich noch erinnern, dass diese Dinger irgendwie sehr merkwürdig waren und auch schon abgelaufen waren. Und ich mich gewundert habe, warum zum Henker konnte ich die da noch im Supermarkt kaufen? Das darf doch eigentlich nicht sein. Das war auch die letzte Packung. Und der MT-Lied meint noch, kann es sein, dass Ulrich mit der Zeit immer älter wird? Kann ich so sagen, das ist normal, dass man älter wird mit der Zeit. Ja. Weil die Zeit läuft nach vorne und nicht nach rückwärts. Also kann man schlecht jünger werden. Aber Tatsache ist, im Zusammenhang mit diesem Video ergibt es natürlich nicht viel Sinn. Weil wie gesagt, das Video ist von letztem Jahr. Also kann ich da nicht älter ausschauen wie in vielen aktuellen Videos. Weil die sind nämlich später entstanden. Eigentlich. Aber gut. Je nach Bad, Länge und Zustand wirkt man halt älter oder jünger. Mein Vater sagt auch immer, ich wirke wie ein Rentner. Und ich sage immer, na, stimmt nicht. Aber könnte auch schlimmer sein. Na gut. Und dann das zweite Trinking diese Woche war der Arizona Original Green Tea & Honey. Das war der zweite Arizona, glaube ich. Und den fand ich ein bisschen besser, wenn ich es durch den Kopf habe. Der Heinrich Hinkel meinte, Tee muss man schütteln wegen der Ablagerung am Boden der Dose. Steht so auf der Arizona-Seite zumindest. Das ergibt Sinn. Ja klar, wenn sich dann irgendwas so bodensatzt, dass man den nicht kompakt am Stück nimmt oder so. Und da bumm, sie meinten, na sowas. Im Grunde sollte alles geschüttelt werden. Ja. Mir fällt gerade auf, irgendwo ist mir eine Bumsi-Meldung entfleucht. Wo war denn die? Oder kam die nur als E-Mail und hat sich nachher wieder, hinten nachher wieder beschämt gelöscht? Das ist interessant. Also ich sehe sie nicht hier im YouTube-Studio. Dann muss ich es halt mal bei Google schnell checken. Aber ich weiß, dass ich sie gesehen habe. Was hat er denn von sich gegeben, der Lümmel? Jetzt sei hier. Zu dem Drink zum Amikin. Meint der Bumsi. Hast du Amik hier in der Blutbahn, kannst du vögeln wie ein Truthahn. Das ist ein Bumsi, wie er leibt und lebt. Jawohl. Und keine Ahnung, warum ich das hier nicht sehe. Jetzt muss ich mal das Video direkt aufmachen. Ach doch, da sehe ich es. Warum habe ich es dann nicht gesehen? Oder bin ich einfach blind und habe es übersehen? Nee, tatsächlich. Also hier in der generellen Kommentarleiste steht es. Wenn man aber die Kommentare vom Video gezielt aufruft, da steht es dann nicht. Das ist merkwürdig. Und jetzt schaue ich mal, ob es in der Standardansicht, also in der für normal sterbliche Ansicht zu sehen ist. Auch nicht scheinbar. Ah, der Reply klappt auf und geht wieder zu. Da stand es wahrscheinlich dran. Also das war wahrscheinlich eine Antwort auf den Tokio. Komisch, komisch. Ja, ich weiß nicht. Aber ihr habt es jetzt ja hier exklusiv erfahren, was der Bumsi so denkt. Ich meine nicht, dass wir es nicht eh alle wissen. Aber egal. Gut. So, damit sind wir durch mit YouTube-Kommentaren. Wow. Wie komme ich da bitte schön auf 20 Minuten fast? Ja gut, ich bin abgeschwiffen wohl. Und jetzt kommen wir an die E-Mails. Vier Stück, fast maximales. Und ja, sie sind gar nicht mehr so kurz. Also gehen wir es an. Das wird heute eine gute Folge. Länger. Puh. Also. Erster war der Düsi. Nehmen uns das schon am Dienstag. Weil er nämlich schreibt, so ein bisschen dieses Mal schon am Dienstag, da es morgen nach Cardiff geht. In Wales ist nämlich. Moment, Cardiff ist schon Wales. Ja. Ist nämlich BWE am Wochenende. Ist es am Samstag oder am Sonntag? Ich habe nicht nachgeguckt. So und so. Bla bla. Clash at the Castle, glaube ich, ist es, oder? Ich muss mal gucken. Ja. Das alles. Das muss ich mal lesen. Moment. Was sagt mir Vicky? The Castle. Ist ein BWE am Samstag. Nicht schlecht. Also das könnte man super anschauen, wenn ich noch das Network hätte. Ich könnte es mir natürlich auch mal wieder leisten. Ich will aber eigentlich nicht. Was sind Matches? Oh, sechs Matches. Das ist aber nicht viel. Roman Reigns gegen Drew McIntyre. Liv Morgan gegen Shayna Baszler. Das wird nicht lang dauern. Bianca Belair, Alexa Bliss und Asuka gegen Bayley, Dakota Kay und Ayo Sky. Das könnte gut sein. Matt Riddle, der jetzt wieder Matt heißen darf, gegen Seth freaking Rawlings. Okay. Gunther mit Ludwig Kaiser gegen Sheamus mit den Brawling Brutes. Na gut. Edge und Rey Mysterio mit Dominik versus Judgment Day mit der Reha. Ja. Ist ein gutes Line-Up auf jeden Fall. Es gibt jetzt keinen Grund zu glauben, dass es nicht sehr gut werden dürfte. Könnte. Vor allem jetzt mit Triple H am Steuer. Aber gut. Also da. Na, was habe ich denn hier gemacht? Geh weg. Da. Da Düsi ist da jedenfalls. Freitag geht es zum Undertaker. Ach so, der macht da auch wieder was. Ich habe es, glaube ich, wahr geglesen und ignoriert, weil. Undertaker. Und Samstag ist dann Clash at the Castle. Er freut sich. Er freut sich. Siehe. Das geht nicht. Ich freue mir, schreibt er. Das kann man gleich nicht in die dritte Person bringen. Sauer. Dann will sich nochmal Dr. Hood, Rehort und Schauplätze angucken und der Royal Mint einen Besuch abstatten. Er wird berichten. Dann berichte mal. Royal Mint sagt mir jetzt ehrlich gesagt, okay, peinlich. Royal Mint ist die Münzprägeanstalt. Ah, okay. Ja. Und Minden. Ja, genau. Minden. So wie man halt NFTs Minden kann. Bloß halt in Münzen. Also in echt sinnvoll. Naja. Viel Spaß damit. Kann man machen. Wenn Sommer am Türschild steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß hoch, dass es eine Dame ist, die häufig Besuch empfängt. Die häufig Herrenbesuch empfängt. Ich muss zugeben, dass ich schon wieder den Kontext nicht mehr im Kopf habe. Ist das so? Ich meine, du kennst dich da scheinbar besser aus als ich. Aber nee, kein Schimmer. Pro-Controller sind auch nichts für ihn. Viel zu viele Knöpfe. Jupp. Das ist, wie gesagt, sehe ich auch so. Der einzige Pro-Controller, der sinnvoll ist, ist der für den Switch. Den braucht man natürlich, weil er mit den Joy-Con-Spielen nicht geht. Er muss sagen, dass ihm die Grafikoptik von Return to Monkey Island jedes Mal besser gefällt, je öfter es sieht. Ich meine, okay, wir haben also den einen Mensch gefunden, bei dem das so ist. Ich kann nach wie vor nur sagen, ich finde das unfassbar abturnend hässlich. Es gibt mir überhaupt gar nichts. Und ich habe nichts gegen abstrakte Optik per se, aber die trifft mich halt wirklich komplett am falschen Fuß. Ich mag sie null. Ich bin so froh, dass ich das nicht testen muss. Aber gut. Der Deine 2 muss schon angehört. Österreich-Fassung ist schon bestellt. Also warten wir mal ab. Ich bin mir relativ sicher, dass das bei uns durchkommt, weil die wahrscheinlich von vorne weg Ich meine, es wird ja von einem Konzern gemacht, die in Deutschland auch eine Basis haben sozusagen. Demnach das Problem natürlich ein bisschen sich bewusster sind wie irgendwelche Polen zum Beispiel. Dass da keine Kinder rumrennen. Warten wir es aber ab. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Die N64-Teach-Kill-Restling-Spiele waren Gameplay-Technisch schon sehr cool. Ich habe vage im Kopf, dass irgendwie No Mercy immer so besonders gelobt wird. Aber ich habe die nie gespielt. Und mein Gott. WWE 2K23 stand im Fiskalreport von Take-Two für das Fiskaljahr 2023. Das bedeutet ab April nächstes Jahr, oder? Bin mir nicht sicher. Wir werden es sehen. Also dieses Jahr kommt keins mehr auf jeden Fall. Das ist doch logisch. Evil Uno ist halt quasi der Obergamer und füttert den AEW Games YouTube und Twitch-Kanal. Deswegen macht es schon Sinn, dass es auf der Gamescom war. Die Mattes waren wohl, die Matches, ha! Die Matches waren wohl sehr gut besucht, aber allerdings nur auf WWE-Live-Niveau. Ja, mei. Wundere mich jetzt nicht so sehr. Aber, ähm, ja. Ich habe irgendwie, ähm... Wie heißt der? Christopher Daniels war scheinbar auch da, wenn ich denn irgendwelche Tweets richtig gesehen habe. Der hat natürlich, dass das ein ruhmreicher alter Recke ist, das weiß ich schon. Aber auch der hat natürlich so eine Strahlkraft für den Casual-Zuschauer ist eher gering, würde ich mal so sagen. Aber gut. Okay. Evil Uno ist also quasi der Xavier Woods von AEW, wenn man so will. Und halt in weiß und mit Maske statt in schwarz. Hurra! Ja, na gut. Wir werden es sehen. Bei Recreation war der Creation-Muss nicht anspielbar und auch nicht wirklich was mit Looping-Suschauer. Ja gut. Wie gesagt, warten wir es ab. Ich bin eher skeptisch, dass das wirklich toll wird. Es wird kompetent vielleicht. Dann sind wir schon gut dabei. Aber mal gucken. Reed hatte ich ja auch mal erwähnt, oder? Ja, wahrscheinlich hier und da mal. Ist da auch die M-Games drin? Ja? Schon? Wie ist das monetär für uns? Lieber ein echtes Abo? Ist das egal? Wie bei Spotify auch so ungefähr. Also in der Theorie kriegen wir wohl irgendwas, was sich aber erst wahrnehmen lässt, wenn es wirklich viele wären. Demnach ist, ja, ein normales Abo ist für uns auf jeden Fall besser. Wenn alle nur Readly nehmen würden, sag ich mal, dann wird es bald, dann wird es glaube ich ziemlich relativ bald keine Ausgaben mehr in Readly geben, weil es keine Ausgaben mehr insgesamt gibt. Also ich benutze es ja auch ab und zu Readly, aber ich meine, ja doch ein bisschen anders. Also uns nachschlagen in Readly, aber wenn es jemand kaufen möchte und der seine, wie soll ich sagen, seine Unterstützung abgeben möchte, dann ist Abo schon besser. Ich meine, abgesehen davon, dass Papier-Abo natürlich eh das Beste ist, weil Papier halt auch toll ist. Aber wenn ich mein Red... Lustig in dem Zusammenhang auch. Ich habe diese Woche einen Brief von RetroGamer bekommen, wo ich nicht mein Abo wieder starten möchte, weil sie finden es noch so toll, dass ich es so lange unterstützt habe und jetzt schade, dass ich weg bin. Und ich würde jetzt 20% extra Rabatt kriegen, dann käme ich auf 60 Euro für 13 Ausgaben, was durchaus billig ist. Aber die haben mich so angekotzt mit der Lieferkacke, wobei auch das scheinbar jetzt die letzten paar Monate ist es wohl besser, deutlich besser. Also die letzten zwei Ausgaben kamen auch noch in einigermaßen zivilen Abstand und seitdem verfolge ich es nicht mehr so, habe es aber hier so da anekdotisch gehört. Aber es kann sich auch, auch das haben die Jahre gelehrt, auch ganz schnell wieder ändern. Wenn es irgendwo eine billigere Versandroute gibt, dann wird der Future ganz schnell wieder hinwechseln und dann schauen wir wieder alle alt aus. Also wie finde ich dieses Schreiben jetzt natürlich für den Arsch? Leute, ich habe jetzt schon zwei Ausgaben verpasst und jetzt soll ich das Abo wieder beginnen. Ja toll. Und? Wo kriege ich meine anderen Ausgaben her? Ich könnte es ja bei euch direkt kaufen. Klappt es dann? Vielleicht? Vielleicht auch nicht? Egal. Also nein, ein Abo von uns wäre die beste Idee, wenn es in die Richtung geht. Ja. Schüss von euch und dann bleibst du so, werdet alles schön negativ. Hoffen wir mal, sagt der Düsi. Ja. Dann war der Dominik gestern schon dran. Der nächste, der schreibt, Gamescom zu vergessen. Hallo und guten Tag, Ulrich und Anhang. Ja, hurra, die Gamescom 2022 ist vorbei und der muss leider sagen, was er so gesehen hat online. Absolut schnarrig. Ja, super spannend war sie nicht. Aber es gibt ja einige Indizien, dass nächste Woche ganz schön viel passiert. Also mein Ubisoft hat ja schon angekündigt, dass das hier Forward ist und das Assassin's Creed und so weiter. Also dann Disney und Marvel ist wohl auch im Zuge von D23. Dann holpert ja das Gerücht durch die Gegend, dass er das Sony nächste Woche was macht, was man nicht ausschließen kann. Durchaus denkbar. Und Nintendo ist jetzt auch wieder im Gespräch. Mal wieder, weil da ja angeblich die Zelda-Updates debütieren sollen. Und dann wohl... Also wenn das wirklich alles der Fall wäre, dann kriegt man einen Koller. Weil wir das Heft nicht... Erstens mal müssen wir es ja befüllen. Was jetzt nicht so ganz einfach ist. Mit Manpower und Zeit und Timing. Und zweitens mal kann man nicht einfach noch mehr Platz freischaufeln. Das ist auch schwierig. Ja. Na gut. Ist so. Weil wir erfahren haben, dass Nintendo und Sony nicht dabei sind bei der Messe, war die für ihn eh durch. Und eine Spielmesse und die beiden Big Player macht doch null Sinn. Da können noch so viele Indie-Spiele um die Ohren fliegen. Ja. Also wenn es natürlich um die großen Nummern geht. Jupp. Vor allem nachdem Microsoft zwar da war, aber ja auch irgendwie nichts, wie soll ich sagen, so richtig Heavy-Hitter dabei hatte. Und der Stand wohl auch recht klein war. Aber grundsätzlich... Also ich glaube, wenn man nicht dort gewesen wäre, hätte ich schon genug zu tun gefunden. Wobei ich ja eh primär im Business-Center gewesen wäre. Aber wollen tue ich ja auch nicht. Aber egal. Bestimmt ist da auch viel Gutes dabei. Wohl wahr, aber ehrlich gesagt meist keine Triple-A-Titel. Richtig. Aber wie gesagt, ich spiele gerne Indies auch. So gesehen stellt mich das nicht nur bedingt. Dead Island juckt die Null und die Versprechen von Microsoft nerven echt nur noch. Microsoft fülle jetzt scheinbar den Game Pass für Familie und Freunde ein, damit es wieder alles noch billiger... Also... Also... Ich weiß nicht. Man kann Game Pass, wenn man nicht ganz hohl ist, ja auch für weniger als 15 Euro im Monat haben, bekanntlich. Warum brauche ich dann sowas auch noch? Also das ist schon... Ja, man versteht es nicht. Ich meine, irgendwo muss ich das doch rechnen. Und wie das gehen soll, ich kann es nicht nachvollziehen. Ein weiteres Alone in the Dark braucht er auch nicht. Also ich muss sagen, der Trailer war eigentlich sogar ein bisschen interessant. Aber ich habe halt mit der Serie nie viel zu tun gehabt. Deswegen schwer einzuschätzen für mich. Und dieses Ghostbusters-Multiplayer-Spiel sieht ja nach nichts aus. Naja, das ist halt asymmetrischer Multiplayer. Den mag man oder mag ihn nicht? Ich kann sagen, ich mag ihn auch nicht. Kann ich euch sagen, aber in ein paar Wochen kannst du dann mehr darüber erfahren. Ja. Gut. Und Glückwunsch an dem Macher von Monkey Island 2 und Simon the Sorcerer Origins. Die beiden Spiele wurden so hässlich und schamfrei wie möglich gestaltet. Simon the Sorcerer habe ich gerne nachgeguckt. Das habe ich jetzt, aber wie soll ich sagen? Die Neugierde hält sich in Grenzen bei mir. Das haben beide Poetern und Klicks während echt nicht verdient. Naja, wie du siehst, der Düsi findet die Grafik gut von Monkey Island 2. Aber man muss ja auch nicht alles verstehen. Ich finde es auch nicht schön. Aber gut, wir werden es dann sehen. Also in der nächsten Ausgabe ist es höchstwahrscheinlich noch nicht drin, wegen Timing. Geht halt nicht. Bei Druckschluss und so weiter. Aber wir werden es sehen. Was waren so meine Highlights der Messe? Waren bestimmt auch nicht viele. Also von der Messe kann ich dir gar nichts sagen, weil ich auch ganz gezielt, ist der falsche Ausdruck. Aber ich habe einfach mir nie die Mühe gemacht, mal mehr über die Messe an sich zu lesen. Wenn dann unser Artikel im Heft ist, weiß ich vielleicht auch mehr. Da ist ja in Arbeit gerade. Mai, ich habe ja letzte Woche schon ein bisschen drüber philosophiert. Mir fällt ehrlich gesagt nichts mehr ein. Das ist traurig, oder? Ja, also nö, ich könnte ja jetzt echt nichts sagen, ohne dass ich länger schauen müsste. Und der Podcast wird lang genug. Live vor Ort muss er diese Messe auch nicht mehr genießen. Gerade bei Corona-Zeiten und voll Zügen dank 9-Euro-Ticket. Er will nicht wissen, wie viele bei der Haltstelle Köln-Messe ausgestiegen sind. Gruselig. Ja, ich habe die Tage bei Gameswirtschaft, kam mal bei Facebook, hat sie dann geschrieben, ne, jetzt, oh doch, jetzt Anfang der Woche war das, ups, jetzt tickert doch eine nach der anderen positive Meldungen rein. Also haben sich wohl doch ein paar mehr Leute angesteckt. Aber das darf man heute auch nicht mehr sagen, weil man ja sofort ein Hater gegenüber den armen Leuten ist, die ja eigentlich nur unmaskierte Leben genießen wollen. und mich, also, und das man dann, dann wird man immer gleich als asozial abgestellt. Ist auch immer so vor, dann, ihr stumpelt uns immer gleich als asozial und rücksichtslos ab und so, dann denkt man, ja, seid ihr doch. Aber das darf man ja nicht sagen. Dann seid ihr ja gleich beleidigt. So. Das Wort asozial, das erinnert mich an irgendwas von vor ein paar Wochen. Ja, okay, egal, und gleich beleidigt sein, ja, das passt ganz gut. Naja, wo bin ich? Okay, in einer Halle stand ein AEW-Ring. Wäre für ihn als Fan der Liga vielleicht interessant gewesen, aber wie ich schon erwähnt hatte, waren die großen Stars da ja eher abwesend. Ja, ich meine, wie gesagt, Evil Uno und Daniels Wohl, ob noch mehr waren, weiß ich nicht. Das könnte Headlock wahrscheinlich besser wissen, aber bin ich ja auch nicht mehr involviert. Seit lang, boah, ist auch nicht so schlimm, weil ich glaube, so wie sich das entwickelt hat, wäre ich da völlig deplatziert, inzwischen endgültig, aber macht ja nichts. Ja, er ist zweimal in seiner Laufbahn auf der Gamescom gewesen. Ziemlich viele verschwitzte Leute, lange Schlangen und eigentlich nicht viel Neues zu sehen. Und dafür noch groß Eintritt bezahlt? Nein, danke. Schäler kann man sich auch zu Hause anschauen. Ja, ist auch mein Reden, seit Anfang an mehr oder weniger. Wenn man nur nicht für Business dort ist, dann ich würde es mir nicht antun. Natürlich inklusive der langen Anreise und so. Da gibt es nichts. Und das Anstehen vor allem. Nee, danke, echt nett. Da bin ich zu alt für. So viel Geduld habe ich nicht mehr. Und dann so das Messe-Feeling, bloß weil es laut und stinking und verschwitzt ist. Nee, super. Klingt alles sehr negativ, meint er. Ja, nur seine persönliche Meinung. Wer aber Spaß hat, natürlich alles Gute. Das sowieso immer, aber ja, ich gebe dir da im Prinzip schon recht. Wie ist so meine Grundstimmung zur Messe mittlerweile? Warum sollte das normale Fußball da noch hingehen? Ja, also Letzteres weiß ich auch nicht. Ich meine, die wollen ja. Also wenn die Zahlen stimmen mit den 200 Würfel, 68.000, 86.000, ich weiß nicht. Und die Preise, offensichtlich haben sie ja wirklich Dumpingpreise rausgeschoben. Noch und Nöcher wohl dann oder halt Karten ganz billig gemacht, dass es noch doch mehr Leute gelockt hat. Ich weiß es aber auch nicht. Ich habe mich nicht so konkreter mehr mit befasst. Ich weiß auch nicht, warum man es tun sollte. Ich bin ganz ehrlich. Also für mich gibt es keinen Grund zu sagen. Weil die fünf Minuten, wo man vielleicht irgendwas anspielen kann, was interessant ist. Ja, mei, das macht so ein Anderer mal fett. Und die Grundstimmung ist, mei, also im Business Center, das ist schon immer ganz okay gewesen. Wäre diesmal sicher auch. So gesehen, kannst du, spricht nichts gegen die Messe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich noch möchte. Es ist zwar nett, die Leute mal wieder zu treffen, die man sonst nie, außer am Telefon mal in echt erlebt. Aber, mei, ja. Schlusswort noch eine Grüße, meine noch, der Dominik. Dann Fotos. Gehende Serie. Was hat sich Marvel dabei nur gedacht? Schi-Hulk ist unlustig, dumm und null unterhaltsam. Der normale Hulk ist auch nur noch eine Lachnummer. Also muss ich dir jetzt leider widersprechen. Ich finde, dass sie gut ist. Aber ich habe Schi-Hulk eh schon immer gemocht. Und ja, die Comics, zumindest teilweise, waren die auch immer so dieser Ansatz. Also mag ich so Serie wie Boston Legal sehr gern. Also Anwalt mit ein bisschen schräger Anwalt und nicht, oh Gott, bierernster deutscher Krimi-Humor oder Krimi-Anwalt. Wobei, deutsche Krimis sind ja heutzutage alle lustig. Haha. Schmunzel-Krimis. Haha. Ne, ich finde es gut. Ich meine, es ist jetzt nicht perfekt. Und ich meine, dass Bruce Baird, also Hulk so ein Lally ist, finde ich auch interessanter, wie Hulk haut drauf. Nö, mir gefällt es. Also ich bin nicht ganz sicher, wo es hingeht. Und ja, ein bisschen, dass die Folgen halt eine halbe Stunde lang sind, ist alles sehr... Hm, aber ne, mir hat es bisher schon noch ganz... Mir gefällt es schon, aber es ist halt das, was ich erwartet habe. Eigentlich. Und ich hoffe, es bleibt auch so, ich kriege nicht so einen Durchhänger wie Miss Marvel zwischendurch. Nein, mir gefällt es. Ich finde es auch nicht dumm, aber gut. Wie gesagt, Schmerke sind verschieden, klar. Ja, überrascht die Serie, meint er. Okay, ich war zu Beginn nicht so wild auf den Game of Thrones-Ableger, doch jetzt ist er Fan. Schauspieler top, Optik stark und Story kann was. Da kann ich dir zum Beispiel sagen, da wäre ich... Noch habe ich ja ein Sky-Abo, deswegen könnte ich gucken, aber mich interessiert es so gar nicht. Da spielten natürlich mit rein, ich habe King Game of Thrones nicht verfolgt. Ich habe ja die Bücher gelesen und dann hat die Serie die Bücher überholt und dann wären die Bücher nicht fertig. Und George R. R. Martin sieht von mir keinen Cent mehr, weil ich mit so einer Attitüde, wie der vor sich her trägt, ist mir das alles am Arsch vorbei. Und das ist halt nur ein Prequel und das interessiert mich aus Targaryen. Also die geben mir gar nichts. Mag schon sein, dass es ganz toll produziert ist, aber das gibt mir wirklich nichts. Genauso wie heute ist ja Herr der Ringe angelaufen. Und auf Amazon seitengroße Werbung und Blubber, natürlich. Da müsste ich vielleicht doch mal neinschauen, aber auch das juckt mich eigentlich relativ wenig. So Eventserie des Sommers, wenn man so will, und mich interessiert es nicht. Schildkrötensee, tolle Kollektion der 80er, 90er Turtles-Spiele, also die Korra-Banga-Collection. Gelungene Umsetzung der 30 Titel, vor allem das Arcade-Spiel als erste richtige Heimumsetzung. Konnte ihn begeistern, gibt auch viel Artwork-Tipps und Level-Karten-Zustand. Das ist bei den Digital-Eclipse-Sachen oft und gerne so. Und das ist natürlich auch sehr gut, dass es so ist, weil das ist interessant. Aber Sidescroll-Klopper sind eh nicht so meins und dann veraltete, altmodische auch noch viel weniger. Aber ja, ich meine, dass da Zielgruppe gibt, ist ja aufsichtlich, wenn die sich lieber freut, noch besser. Und da noch den erotischen Bilderwitz der Woche. Da haben wir also eine junge Lehrerin, die da sagt, ich habe sie kommen lassen, weil ihr Sohn in der Schule zu stark abgelenkt ist. Und der Vater sagt dann, Entschuldigung, was sagt sie? Ich habe sie nicht gehört. So aus der Sicht vom Vater, weil die junge ambitionierte Lehrerin hat ungefähr zwei Handbälle, Fußbälle zu zwischendrin. vorne aufgeschnallt und er präsentiert die entsprechend großflächig und dann, ja, naja, ein bisschen platt, aber ist okay. Ist okay, kann man machen. Ja, ich kriege hier übrigens immer ganz tolle Pressemitteilungen zwischendurch auch. Die ominöse E-Mail, wann war die eigentlich letzte Woche da? Lass mal gucken. Ich glaube, da kann sie wieder relativ früh sogar. Ja, relativ früh. Okay, schauen wir mal, wann sie diese Woche kommen. Die E-Mails. Also ich kriege auch relativ häufig von irgendwelchen Indie-Produktionen, die ja bei Kickstarter sind und das kann ganz schön lästig sein. So immer Status-Updates. Heute ist das passiert und das und überhaupt. Jetzt kommt da eins von irgendeinem Spiel, wo man gar nichts sagt. Die schreiben, wir sind zu 11% finanziert und haben noch sechs Tage übrig. Und vielen Dank, sie haben 41 Backers. Ganz ehrlich, lass das bleiben, sowas. Jetzt gucke ich mal extra drauf, wie viel Kohle die haben wollen. Oh, cool. Ist natürlich noch besser, wenn der Link zum Trailer geht. Okay. Schatz zum Kickstarter. Jetzt aber. Ja, wir wollen. Oh, geil. 6.362 Euro, weil die in Sloti, das sind in Polen. 30.000 in Sloti und davon haben sie inzwischen mehr als 11%. Wir sind, nee. Oh Gott. Ja, 11,5. Ja, und das Ding läuft, keine Ahnung, seit wann das schon läuft. Das, oh Gott, vergiss es. Also, tut mir leid. Es sieht aus wie ein, ach Gott, so ein Storfbausimulator in Hässlich. Tut mir leid. Also sowas, wuch. Aber hier unten sehe ich, was mir auch noch empfohlen wird, ist das Erotic-Made-RPG, Made in Heaven. Ein Hentai-Made-RPG. Super. Da gibt es jetzt natürlich keine Abbildungen, was da Hentai dran sein soll. Oh, doch. Ei, hoppla. Okay. Oh ja. Schon mit explizierter Optik, wenn es mal nicht sensiert ist, dann. Ein Main-Focus will be the Intimate Scenes. Okay. Jeder Maid will vier Szenen haben. Die wollten 500 Euro haben, 250 Euro, und sind schon bei 9500 angekommen. Oh, geil. Eigentlich wollten sie 250 Dollar, steht da 250 Euro. Das ist also der Kurs. Faszinierend. Wann soll es denn geliefert werden? Dezember, ja. Ja gut, so geht das. Mit Schweinkram geht da halt auf Kickstarter auch was. Naja, egal. Das ist wahrscheinlich am Ende sogar das bessere Spiel, weil es genau weiß, was es will und kann. Und ein paar Porno-Bildchen sind halt einfacher wie was Größeres zu machen. Naja, egal. Solche Pässe mit Tagen, da wundere ich mich halt schon immer. 11 Prozent. Naja, okay. Nächste E-Mail. Wo war ich? Okay, das wird doch nicht ganz so lang, wie ich gedacht habe, aber lang genug. Keine Angst. Der Max ist der Nächste, der meint Update-Urlauber-Fragen. Hallo, ich nach einem privaten Ereignis und zwei Wochen Urlaub melde sich jetzt wieder zurück. Leider ist sein YouTube-Kommentar nicht angekommen. Stimmt, ich habe nie einen gesehen. Keine Ahnung, fragt mich nicht warum. Weswegen er jetzt auf seinen Beute Zug von vor ein paar Wochen so Update gibt. Die Tiger-Heli-Collection besitzt er schon. Das ist die Hisu-Same-Same-Same-Torplan-Arcade-Garage. Das ist das andere dann. Haben wir ja auch getestet. Dann habe ich es halt verwechselt. Aber ja, ich weiß, was es ist. Das sind die High-Spiele doch, glaube ich, oder? Flying Shark und Co. Egal. Das King of the High, das Ultimate History-Book, hat er bei Dragonbox bestellt. Wahrscheinlich hast du den Link bei YouTube gepostet und hast es ausgefiltert, was ja der Aldi immer sich beklagt. Und ich kann nichts dafür, weil ich meinen Einsteller gesagt habe, Links sind eigentlich erlaubt. Also frag mich nicht, woran es liegt. Ja, Dragonbox ist mein Begriff. Ich habe da zwar nie was gekauft, aber okay, dann haben die das auch gehabt. In seinem Urlaub, wobei eigentlich wundert es mich ehrlich gesagt, dass sie das hatten, weil vielleicht liegt es auch daran, dass es ein Sonderfall ist wegen SNK, weil normal ist die Bitmap-Books die ersten paar Monate exklusiv bei Bitmap-Books verkauft werden. Aber wie gesagt, was soll's. Wenn es klappt, schön. In seinem Urlaub war drei Tage in Lübeck. Einmal im Handelsstadtmuseum über den Handel in Schleswig-Holstein und Hamburg im frühen Jahrhundert, dann zum Timmendorfer Strand, und zwar schön, meint er, und ins Kino für den Film Nope. Spannender Film, ohne dass er es gewusst hat, was ihn erwartet. Also ein Peel-Film ist das von Jordan Peel. Ich weiß, der ist ja gerühmt und alles, aber nein, egal. Am Sonntag war er zu den Karmai-Spielen beim Ölprinz. Spannende Handlungen mit Stabesetzungen. Der geht noch, oder? Den haben es noch nicht abgesetzt. Das Karmai-Gedöns, gerade um Winnetou, ist auch so. Das sind wieder Auswüchse insgesamt. Zum einen natürlich die super Bedenkenträger und zum anderen dann die super alles muss bleiben, wie es ist, Träger. Da, mein, schwierig. Also letzten Endes ist es Rücksicht und auf andere Leute doch immer noch besser wie Arschlochtum. Deswegen ist schon klar, wo es eher hingehen sollte. Aber wahrscheinlich ist es halt auch irgendwo ein Stück lächerlich. Und ach, naja, ich muss ja nicht gucken. Egal. Letzten Mittwoch war er ein Konzert bei den Ärzten mit der Buffalo Bill Tour in der Trabrennbahn in Feld in Hamburg. Die Ärzte sind irgendwie unter W. Habe ich null mitbekommen, weil auch da bin ich irgendwie total raus aus dem Ganzen. Ich habe nur gelesen, dass sie das Bundespräsidentenfest wegen Wetter haben absagen müssen. Da wären die Ärzte gewesen. Das war also wohl im Rahmen der Tour. Aber es hat Spaß gemacht, die deutsche Punkrockbank in echt zu sehen. Das glaube ich. Die Ärzte-Konzerte sind ja wohl immer ewig lang und wohl auch lustig, weil die ja auch miteinander flachsen wie die Weltmeister. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber für mich ist es halt nix. So ein Taito-Ecre 2 Mini ist jetzt angekommen von Strictly Limited. Yay, endlich für dich. Jura. Welche Variante war es? Die ganz große oder die kleinere? Ich finde ja, die kleinere ist ausreichend. Aber ja. Ein echt cooles Gerät, meint er. Das stimmt. Allerdings hängt der Bildschirm, wenn er ihn auf 90 Grad drehen will, weswegen er ein Messer in den Schlitz ziehen muss. Da kann ich dir sagen, das klingt scheiße. Ich meine, solange es nicht kaputt geht, aber das sollte er eigentlich nicht sein. Normalerweise drückt man rein und dann macht es bloink und er kommt raus. Wenn er klemmt, ist echt ungut. Jetzt würde ich ja sagen, jetzt haben wir ja noch das Riesendusel, was der Schuppen in Deutschland ist. Damit dürfte ja Umtausch oder Ersatz oder was auch immer nicht so undenkbar sein. Ich habe von Leuten aus dem Ausland gehört, gerade aus dem zollpflichtigen Ausland, wo da alles Kacke lief oder sonst was. Das Artbook würde mich interessieren, aber nicht genug, dass ich ein halbes Jahr gewartet und extra gezahlt hätte. Aber mein Gott, eine Artbook-Strategy-Guide ist es ja. Aber der wohl inhaltlich wirklich interessant ist. Aber wenn man jemandem eins verkaufen wollte, könnte man mal drüber reden. Könnte natürlich mal bei Strictly Limited auch so fragen. Aber da ist dummerweise die ideale Ansprechperson, die ich hatte, die gibt es nicht mehr. Die ist schon wieder weg. Ist blöd. Also scheiß drauf. Dann halt nicht. Gut. Und warum in der Inhalt des Box statt einer Mini-Anweisungskarte ein zweiter Ständer drin ist, ist für mich auch ein Rätsel. Ich weiß jetzt gar nicht, was für Ständer da waren. Aber er hofft, er kriegt beim Händler Rückmeldung, sonst meldet er sich wieder. Also eigentlich, ich kann nur meine eine Erfahrung mit dem Service, weil ich habe geschrieben, Leute, die möchten stornieren und fünf Minuten später kam die Mail, alles klar, hier ist deine Kohle. Bei Paypal. Das ging ratzfatz. Ich habe aber auch da schon alles Mögliche gehört, von, ja, hat gut geklappt bis Horrormärchen. Aber das hat mir tatsächlich heute völlig zufällig woanders auch jemand gesagt, dass Inhalte fehlen und dass die Faktorqualität schwanken ist. Das sollte nicht sein. Das ist also genau das, was du da beschreibst, mehr oder weniger. Ja, dass im Inhalt Sachen fehlerhaft verpackt oder befüllt sind, das ist peinlich. Das sollte nicht passieren. Die Frage ist, wie weitflächlich das passiert ist. Und wenn es nicht weitflächlich passiert ist, wie kann es passieren bei einzelnen Leuten? Ich meine, die Anweisungskarten finde ich jetzt auch nicht so wichtig, aber mit dem Ständer. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Und die haben ja noch immer noch 76 Prozent Bestand. Das ist echt bitter sowas. Mini-Anweisungskarten, das Buch, das Soundtrack, das ist wirklich ganz groß, ja, das Trackball. Dann sage ich Respekt, aber Arcade Blue, wo ist jetzt die andere? Ja gut, dann halt so. Also die Webseite von denen ist auch nicht die beste, sagen wir es mal so. Gut. Sticker, Flyer, also ich muss jetzt zugeben, dass ich nicht stände, was für, ah doch, das hier. Der Arcade Backdrop, ach so, den meinst du wahrscheinlich, ja. Ja, also sag mal so, das ist ein Papp, langweilig und die kleinen und die Anleitungskärtchen, die sind nett und lieb und nett. Aber, also wenn sie natürlich komplett fehlen, dann würde ich auch sagen, das geht nicht. Weil stimmt, wenn für alle 40, 50 Spiele die fehlen, dann würde ich auch sagen, nee, dafür ein zweiter Papp, simpler Pappaufsteller, nee, ja. Ich drücke dir die Daumen. Ja, lass mich wissen, wie es gegangen ist. Gut, Frage, wie hofft man sich bei Dead Island 2 eine Ankart in Deutschland? Ich würde sagen, ich gehe davon aus, dass wir es auf jeden Fall probieren und dass es auch so nachzuspielen wie Evil Dead, warum nicht so ungefähr? Es sind ja schließlich keine Menschen, sondern Zombies, ne. Aber gut, da hängt ein Leid, aber da waren ja Kinder dabei. Ich glaube, da könnte man doch Kollaterialschäden auch machen, das war das Problem doch. Ohne es jetzt noch genau zu wissen, ich bin dann nicht mehr so ganz, okay, es wird übrigens doch lange. In unserem Titelthema wird, nach dem wird die Gewalt bei Zombies intensiver sein, wenn man einen bestimmten Körperteil schlägt und die Augen zerreißen. Das ist ja auch ganz groß, haben sie auch bei, irgendwie war doch bei der Opening Night, haben sie gar nicht den Uncut-Trailer gezeigt, weil es noch brutaler war oder so. Ja, mei, ich weiß nicht, ob ich es brauche oder ob ich es spielen werde, kein Schimmer, aber mei. Was wünsche ich mir für Horizon Chase 2? Dass die Konsolenversionen nicht so lange brauchen. Also damals beim ersten Teil hat es ja wirklich Jahre gebraucht, bis es endlich kam. Dann wünsche ich mir noch natürlich, dass es auf meinem iPad vernünftig läuft und dass es mich anmacht. Ja, und das werde ich ja in der Woche auch schon wissen, weil dann ist es erschienen. Also bevor ich den nächsten Podcast aufnehme, ist das Ding schon auf meinem iPad. Fein, fein, und ich muss nicht mehr was dafür zahlen, das ist doch toll. Ja, mal schauen. Was denke ich drüber über Colonial Marines, was jetzt neun Jahre wohl her war? Er hat es nie gespielt und wird es auch nicht, so geht es mir auch, wegen der lächelichen KI von beiden Seiten. Tut übeler Bugs, das ist mir semi-egal, mich interessiert es einfach so halt nicht. Nur im Ko-Op als Laden macht es wohl etwas Laune, von Nehmen her, kann sein. Nein, ich weiß nur die Horror-Stories drumherum und dass natürlich Gearbox und Pitchford da wohl ordentlich Stintenluder getrieben haben, das ist auch ein ganz schlechter Look, logisch. Aber nee, mir ist das halt eigentlich, ja, hat mich nie tangiert zum Glück und damit ist es von meiner Seite aus auch schon erledigt. Schlussworten bleibt alles gesund, meint der Max. Sag ich dann gleichfalls, außerdem noch PS, er ist seit 15 Jahren Abonnent von unserem Heft und mache bitte weiter so. Ja, wegen mir darf es gerne noch 15 Jahre so weitergehen, dann wäre ich fast im Rentenalter. Könnte man machen, dann könnte ich Frührente gehen. Wäre super, also ich, wenn ich auch ganz realistisch bin, das wird nicht passieren, weil meine Chefs sind ja älter als ich und ich weiß nicht, ob, naja, wer weiß, ob das dann, wie das dann laufen sollte. Wir werden es sehen. Ich meine, wenn es überhaupt so lange hält, natürlich bei Print weiß man es ja nie. Ich hoffe, dass es noch möglichst lange läuft, logischerweise, aber ja, drücken wir uns die Daumen. Gut, dann und weiter natürlich und jetzt zum Finale, zum großen Finale. Uff, eine lange E-Mail. Deswegen hat er am Schluss auch keine Fragen mehr. Render Dogio natürlich. Amazon mal anders. Also wie man sich vorstellen kann, jetzt geht es um Versandgeschichten. Deswegen bringe ich hier jetzt erstmal meine schnell ein. Ich habe nämlich auch gerade, wer den Rückblick gesehen hat, ganz viel Spaß. Ich habe bei Amazon Amerika am vergangenen Freitag spontan mir ein paar Visual Novels bestellt. Vier Stück, alle auf Lager, alle ganz günstig, alle vom gleichen Marktplatzhändler, aber alle mit Versand von Amazon selber. Naja, wird schon. Dann kommen des Abends Versandbestätigungen. Drei Stück, also sie haben die Dinger auf drei Pakete aufgeteilt. Schön. Hätte ja auch vier sein können, aber mehr dann nicht. Ja. Und am Samstag in der Früh schaue ich dann mal so ins Tracking. Nichts weiter auffällig. Dann kommen schon zwei von zwei SMS. Deine Lieferanten kommen am Montag. Wo ist das dritte Paket? Komisch. Dann am Sonntag steht dann bei zwei Stück. Ja, verzögert sich, weil aufgehalten beim Zoll oder so. Nicht so, hä? Also es ist doch noch gar nicht beim Zoll. Also sehr irritierender Status. Und die dritte ist so, ja, Mittwoch irgendwie. Das war noch gar nicht. Dann, ja. Gut, nächsten Tag. Eins kam. Als andere kamen nicht. Da steht irgendwie, ja, wer bei der... Und wir haben bei der... Na, wie heißt es? Schauen wir nach. Da stand dann... Eine verspätete Bearbeitung durch die UPS-Zollabfertigung hat zu einer Verzögerung geführt. Wir passen die Lieferpläne schnellstmöglich an. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Die andere Bestellung, die dritte, wo keine SMS kam, das ist dann... War doch ein Zoll durch, aber noch nicht in Köln. Denken wir, das ist aber auch unüblich. Bei DL passiert sowas nicht. Ist ja UPS hier. Die kam dann letzten Endes am Dienstagabend. Ist ja dann aus Amerika abgeschickt. Wurde immer, hä, was jetzt? Und dann kam sie am Mittwoch. Gut. Also zwei von drei Paketen sind da. Das dritte Paket, das mit der verspäteten Bearbeitung, das habe ich bis heute nicht. Also, wir erinnern uns, ich habe bestellt am Freitag. Heute ist Freitag. Ich habe das Paket noch nicht. Und seit Sonntag pendelt es immer abends zwischen 22 und 23 Uhr. Kommt immer, hey, unterwegs. Import Scan, Köln, Germany. Also es kam angeblich am Sonntag um 4.44 Uhr ist in der Einrichtung in Köln eingetroffen. Den Herkunftsscan gab es dann erst am Abend, warum auch immer. Und seitdem geht halt immer, ja, 22, 23 Uhr im Import Scan, Köln, Germany. Und dann um zwei bis drei Uhr nachts im Lager, Lagerscan. Und das wiederholt sich seit Montag durchgehend so. Ja, das ist super. Dann habe ich halt natürlich, was macht man? Ja, man versucht halt doch mal Kontakt aufzunehmen. Ups, hat der Telefon. Dann quält man sich durch. Dann gibt man die ellenlange blöde Trackingnummer an. Kriegt dann die ab, denn dann möchte sie noch mit jemandem reden. Sagt man ja. Und dann kriegt man die Thomas-Stimme und dann fliegt man aus der Leitung. Super, geil. Dann ruft man nochmal an und sagt Gleichmitarbeiter. Landet man dann bei vier, fünf oder sechs Mal. Ich habe nicht einmal jemanden erwischt, der gut verständliches Deutsch gesprochen hat. Das war immer mehr oder weniger stark akzentuiert und gerne auch mal vernuschelt oder halt auch Radebrechen. Dann hat auch die Grammatik nicht mehr gestimmt. Und dann denkt man, what the fuck? Es ist doch wirklich, es gibt halt Jobs, wo als im Fokus steht, man muss kommunizieren können vernünftig. Und wenn du halt mir jemand aus, vom Klang her, verschiedenen osteuropäischen Ländern dahin hockst, dann müssen es halt Leute sein, die auch wirklich Deutsch können vernünftig. Und die halt nicht so, ich reite ganz krass, die Relock, wo du da irgendwas verschreist, sagst. Also wirklich sowas, wo man aufpassen muss, wie Sau, um rauszufinden, was hat er jetzt eigentlich gesagt. Aber das kommt noch dazu. Und immer so, ja, ihr Paket ist ihm, der Erste sagt, ja, ist ihm toll, komm morgen, tschüss, so ungefähr. Und dann habe ich, zwei, drei Leute haben sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Dann sitzt man minutenlang in der Warteschleife. Und dann kommt zurück, ja, da, hm, das sollte so nicht sein. Wir geben es an die Entspendeabteilung weiter. Ja, und das ist wirklich alles, was ich erreicht habe. Natürlich im Laufe der Tage zunehmend ungehaltener, aber das hilft ja alles nichts. Ja, sie kriegen eine E-Mail. Die E-Mail habe ich auch bekommen. Ja, das ist jetzt an unsere Fachabteilung weitergeleitet. Habe ich inzwischen auch schon dreimal gehabt. Und dann gibt es die Importabteilung, die übrigens eine eigene Telefonnummer haben, die 20 Cent kostet, eine 180er Nummer. Schatz, das ist ja nochmal. Warum zum Henker? Da kommt aber genau, da kommst du gefühlt bei der gleichen Stelle raus und die erzählen dir den gleichen Scheiß oder auch nicht. Ja, und dann habe ich, ja, E-Mails immer so. Und dann so kam mal, dann gibt es auch die eigene verdringliche Zollanliegen. Bitte Hirn schreiben und so. Und dann kommt zurück, ja, ist in Bearbeitung, hat halt noch keine Freigabe. Das war jetzt vor zweieinhalb, vor drei Tagen oder vor zwei, weiß ich nicht mehr. Naja. Und dann die letzte E-Mail, die ich noch bekommen habe, war dann von irgendeinem Dings. Da hat jemand dann vergessen oder wer weiß, war das absichtlich, den Rattenschwanz an gequoteten vorigen E-Mail-Kette nicht gelöscht. Das war echt spannend. Da stehen dann so schöne Sachen drin, meine E-Mail, wo dann einer meint, ja, Kollegen, kümmert euch bitte drum, möglichst schnell. Der Kunde macht schon echt Druck. Das war vom Dienstag. Und löst es bitte, bevor es eskaliert. Und ich denke mal, ja, wie soll ich es denn eskalieren? Ich komme ja nicht weiter wie zu euch Pennern am Telefon oder E-Mail. Und dann so, auch so Fachkauderwelt mit Abkürzungen. Ja, das steht als so und so im System und soll auch schon da sein, aber dann passiert nichts. Und dann, ja, es ist eine Boss-Lieferung, aber bei Boss ist nichts vermerkt. Also offensichtlich haben die Leute, die da am Telefon mir nichts sagen wollen, sehr wohlgemerkt. Da stimmt was nicht, aber ist nichts mehr passiert. Ja, das ist jetzt der Stand. Und ich sitze hier da. Jetzt ist Freitag rum, Samstag, Sonntag geliefert, ups, eh nicht. Also Montag wäre die nächste Chance. Der Gag ist aber, ganz offensichtlich ist das Problem, das Ding ist nicht beim Zoll. Es hätte eigentlich in Köln ankommen sollen und dann gleich beim Zoll landen. Und dann schaut es der Zoll an und winkt es normalerweise gleich durch. Und wenn es nicht durchwinkt wegen Stichprobe oder so, dann kriegt man auch alles Bescheid. Das kenne ich jetzt nur von DHL so. Ist nicht passiert. Ich habe inzwischen mehr als ein Dutzend Updates immer wechselnd zwischen Lager und Import. Aber es ist kein Status, wo jemals stand, im Zoll zur Überprüfung oder irgendwas. Das wird nicht vorgelegt. Das kam mir jetzt seit fast einer Woche im Lager rum, wenn es denn wirklich da ist. Was aber mutmaßlich, weil das Spannende ist, das sind keine, soweit man es einschätzt kann von außen, keine automatisierten, da wird einfach der Status wieder neu gedruckt, weil die nicht immer minütlich enden. Also die schwanken. Die sind nicht immer um zur vollen Stunde, was man sich ja denken würde, wenn es automatisiert wäre, sondern mal um 22 Uhr 46, 22, 29, 22, 14. Und in der Nacht ist es ähnlich. Also die schwanken immer. In der Nacht ist es relativ enger, am späten Abend ein bisschen weiter. Also wer auch immer oder wie auch immer es läuft, kommt dann niemand auf die Idee, dass fünf Tage dieser Zustand nicht normal ist und kümmert sich vielleicht auch mal drum. Da steht aber, das ist ein Low-Value-Paket, das stimmt, das ist um 30, 40 Euro bloß. Aber jedenfalls ganz geil, total für den Arsch. Und jetzt ist, ja, bei Amazon steht inzwischen seit Donnerstag, oder seit Mittwoch, nee, seit Donnerstag, hups, es kommt jetzt, es hat sich leider verspätet, es ist uns sehr leid, warte bitte noch bis zum Fünften. Und wenn es am Fünften nicht kommt, dann komm hierher zu der Übersicht am Tag drauf und dann für eine Rückerstattung. Das werde ich jetzt wohl nach aller Voraussicht in Anspruch nehmen. Bin mal gespannt, ob das automatisiert läuft, weil da steht wirklich klipp und klar einfach dran. Auf Englisch, Moment, weit einfacher. Wo ist meine Nachricht? Ja. You can come back here the next day for a refund. Also konkreter geht es eigentlich nicht, dann müsste es also klappen, dann wird mir das Amazon erstatten und dann kann mir egal sein, ob das Ding irgendwann mal verschimmelt im Lager in Köln oder nicht. Ich habe Ihnen heute Vormittag noch eine letzte, einem E-Mail geschrieben, wo ich nochmal auch so zusammenfassen, Leute, es ist wieder nichts passiert, obwohl ich mir jetzt dreimal gesagt habe, die Fachabteilung und was ist jetzt, sagt mir mal irgendwas dazu, aber ich würde sagen, das wird nichts mehr. Also habe ich so noch nie erlebt. Es ist völlig bizarr und scheiße und ärgerlich halt einfach. Aber gut, kommen wir zum Tokio sein Problem. Das geht nicht auch so in die Richtung. Also, zu behaupten, Käufe und Retouren bei Amazon laufen immer problemlos, wäre genauso gelogen, wie wenn der Kanzler sagt, er kümmert sich darum, dass im Winter keiner frieren muss. Uh, burn this. Aber auch wenn es hier und da mal schief läuft beim Versand, man länger als zugesagt auf seine Pakete warten muss, Pakete nicht immer da laden, wo sie sollen oder eine Retour länger braucht, als es bisher erstattet wird, im Grunde fand eigentlich in den meisten Fällen das Objekt der Rebegier seinen Weg zu ihm und wenn nicht, wurde unproblematisch für Ersatz gesorgt. Na, da setze ich jetzt auch mal drauf. Gut. Diese Woche musste er aber feststellen, dass es auch anders geht. Ja. Am Montag hat er auf einer Schnäppchenseite, die er öfters mal durchstöbert, gesehen, dass sich Bluetooth-Kopfhörer bei Amazon Spanien im Angebot befinden, welches ich eher schon länger im Auge hatte. Seine Erfahrung in der Vergangenheit sagt ihm, dass das keine Probleme beim Bestellen aus Amazon, bei Amazon aus Spanien, Italien, England oder selbst aus Japan gibt. Also, Japan ist, wie gesagt, ein eigener Fall, weil erstes Mal nicht EU, zweites Mal eine eigene Filiale, braucht man ja einen eigenen Account, wissen wir ja aber alle. Klar. Ja, ich habe Italien, habe ich leider noch nicht gemacht, Spanien zweimal, Frankreich hast du nicht aufgezählt, Frankreich gibt es auch, da habe ich, glaube ich, auch letztes Mal. Bin mir auch nicht sicher. Außerdem habe ich schon mehrfach festgestellt, dass in Deutschland bestellte Sachen aus den anderen Filialen kamen, aber egal. Also, habe in den Einkaufswagen für zwei Euro mehr den Schnellversand gewählt und zwei Tage später sollte das Paket auch schon hier sein. Zwei Tage ist sehr schnell. Geht aber auch mal. Paketstation konnte er nicht wählen, also Lieferung per Amazon Logistics und hoffen, dass er dann zu Hause anwesend ist. Das sagen sie dir, glaube ich, aber auch nicht bei der Auswahl, sondern halt einfach schnelle Lieferungen, aber egal. Am Mittwoch kam er nach Hause und zehn Minuten später klingelte es an der Tür und er hörte von unten einmal so ein Paket. Glück gehabt, meinte er. Der Fahrer kam die Treppen hoch und fragte ihn nach seinem Einmalpasswort. Er guckt ihn an und fragt, wo er das denn findet. Er meinte, er müsste das per E-Mail bekommen haben, was er natürlich nicht bekommen hat. Er zeigt ihm, wie er jetzt bekommen hat, von der Bestellbestätigung, die Versandbestätigung, natürlich auf Spanisch, aber selbst ohne Sprachkenntnis sind wir nirgends sowas wie ein Passwort zu erkennen. Er meinte, dass er gestern auch schon mal Probleme bei einem Kunden und deswegen hat er, dass man sich das Passwort auf der Webseite und dem Paket verfolgen sehen kann. Er hat also nachgeschaut, aber auch da Fehlanzeige. Ich habe mir tatsächlich, das habe ich mir ja googelt, das steht dran, dass es bei der Bestellung irgendwo stehen müsste. Jetzt kann ich dir natürlich auch nicht sagen, wo. Aber ich habe den Fall noch nie gehabt, kommen wir aber gleich noch dran. Ohne Passwort könnte er ihm das Paket aber nicht übergeben. Er meinte, er müsste sich dann noch an den Amazon-Kundenservice wenden, worauf ich meinte, die Bestellung kommt aber aus Spanien, aber versucht mal ein Glück bei Amazon Deutschland zunächst. Der Fahrer wollte dann später nochmal vorbeikommen. Gut, bevor ich jetzt hier weiterkomme, wo das unweilig passiert, was passieren muss, das ist ja klar. Ich habe das, also hier kommt ja, ich habe zuerst gesagt, ich kriege eigentlich quasi alles nur noch von Amazon Logistics, hier. Aber ich habe noch nie von so einem Passwort gehört. Hab dann jetzt aber gegoogelt, da steht ja bei, es geht wohl darum, dass, also deine Kopfhörer waren wohl nicht die billigsten, dass es bei wertigen Sachen, teuren Sachen auch mal sein kann, dass zum Schutz dieses Passwort verwendet wird. One-Time-Passwort, OTP. Ich habe das auch noch nie erlebt, deswegen kann ich dazu natürlich auch gar nichts sagen und von Spanien noch viel weniger. Aber, ja. Aber wieder was gelernt demnach. Ja. Er also bei Amazon angerufen, den Fall geschildert und prompt und wie zu erwarten, die Antwort bekommen, können wir nicht helfen, und man muss sich an Amazon Spanien wenden. Ja, das ist gut. Das ist keine Überraschung, das ist klar. Na gut. Er also auf der Webseite per Instant-Übersetzung sich durchgeklickt bis auf den Kundenservice, ruft mich an, bis er zu dem Punkt kam. Ja, Instant-Übersetzung. Gut. In Amazon kann man ja quasi blindenavigieren, aber ich muss zugeben, da muss ich schon auf einer Verständlichensprache suchen, wo ich diesen Punkt eigentlich finde, weil Amazon seine Kontakteoptionen auch immer besser versteckt. Aber außerdem geht über die Bestellung. Da geht es relativ schnell. Hilfe suchen und dann müsste es eigentlich auch gehen. Aber ja. Sofort wurde er auch angerufen, und hatte eine automatische Stimme am anderen Ende, die natürlich Spanisch mit ihm redete. Er dachte sich, okay, lass die Laba, danach wird man schon durchgereicht und hoffentlich spricht der Mensch am anderen Ende dann Englisch. Aber Pustekuchen, die automatische Stimme wiederholte sich, wollte wohl, dass er irgendwas bestätigt und danach wurde er einfach aufgelegt. Na toll, dachte er sich. Ich muss jetzt sagen, es überrascht mich nicht so sehr. Ich meine, alleine die Tatsache, dass Amazon Spanien keine Spanische Bedienführung hat, liegt nahe, dass es auch keine Spanische, keine Englische, habe ich gesagt keine Spanische, keine Englische Bedienführung hat, dass es auch keine Englischen Support geben dürfte. So im Umkehrschluss, Amazon, ja, wann kannst du erwarten, da können die Leute Englisch, zumindest im Chat, weil ja die Webseite auf Englisch benutzt war, sonst wäre es ja absurd irgendwo. Aber gut. Also, nächsten Punkt, Chat probiert er zunächst natürlich ein Ola. Er hat sofort geschrieben, ob wir auf Englisch chatten können. No probleme, meinte die Dame, und leitet ihn weiter. Ja, das ist, das ist immerhin klar. Die haben wahrscheinlich ein großes Callcenter für alle letzten Endes. Aber gut, ein indischer Mann, zumindest vom Namen her, auch das habe ich mir schon öfters mal gedacht, sollte sein Gesprächspartner sein. Er hat mit ihm also geschrieben, ob er halt im Problem gestellt hat, nachgeschaut und das typische Entschuldigungsblabla. Ja, das sind irgendwelche Wortsatzbausteine, das kenne ich auch schon. Er meinte dann, das hätte jetzt dafür gesorgt, dass das Paket morgen erneut zugestellt wird und er definitiv eine Mail mit dem Passwort bekommen würde. Er fragte, ob er ihn mir jetzt schon zuschicken könnte, damit er auf der sicheren Seite ist, worauf er meinte, dass es ein paar Stunden stauern würde. Aber er würde sich persönlich das annehmen und den Fall auch verfolgen. Er bräuchte sich keine Sorgen machen. Alles würde morgen problemlos klappen. Gut, dass er nicht zu, als ob er eine andere Wahl hat, als das erstmal zu glauben. Ja, kenne ich. Lange Rede, kurze Sinn, rate mal, was in ein paar Stunden auch am nächsten Tag nicht kam. Richtig, das Passwort. Dafür kam der Fahrer, während er auf der Arbeit war, schon früh. Sehr gut. Das ganze Spielchen war ihm auch noch zu doof. Er hat den Artikel jetzt einfach storniert. Er hofft, dass das blöde Passwort, einmal Passwort geschieht, jetzt nicht dauerhaft passiert, zum Beispiel eine Bestellung aus UK, wo er auch noch eine Vorbestellung am Laufen hat. Das hängt davon, also aus England ist ja auch wieder nochmal alles anders, weil sie ja durch den Zoll gehen müssen und so weiter und so fort. Also ich kann dir sagen, meine letzten, ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, die letzte englische Bestellung, die ging ohne sowas, aber ich habe es ja auch noch nie erlebt, aber es war ja auch nichts wirklich Teures. Also ich vermute, dass deine Kopfhörer und Marke steht hier nicht, glaube ich, oder? Bin ich blind? Nee, dass die jetzt nicht die billigsten waren. Aber egal, muss man gucken. Also ich habe es noch nie gesehen. An sich ist ja gut, dass die Amazon Logistics-Files nicht mehr einfach so Pakete abgeben dürfen, ohne Unterschrift oder dergleichen. Das ist eigentlich wichtig. Aber wenn man dann eben die wichtige Mail nicht bekommt, ist man halt am Arsch. Wobei eben steht, dass man es auch in seiner Bestellhistorie sehen sollen müsste. Die Frage ist halt nur, wo? Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Es gibt, wie ich da gegoogelt habe, in der Hilfe war keine Abbildung, wo man es denn finden würde. Wäre natürlich für so einen Fall ja gar nicht so schlecht vielleicht. Er weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt überall neu ist. Seine letzte deutsche Amazon-Bestellung über Logistics-Files wurde. Vor gutem Monat lief es noch ohne Bestätigung. Ich habe den Eindruck, das ist nicht neu und das greift eben nur manchmal. Aber auch das kann ich natürlich nicht wissen. Genug Schwarz für heute, meine ich noch. Die nächste Mail von ihm fürs Bla wird dann wohl aus Korea kommen. Sofern ihn die Lufthansa denn überhaupt abheben lässt. Heute sind die Piloten ja schön am steigen. Das ist ein guter Punkt. Stimmt. Thomas soll auch nächste, oh Jesus, nächste Woche nach nach Japan fliegen. Aber gut, der fliegt nicht mit der Lufthansa. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Ich drücke dir die Daumen jedenfalls, und dass das mit der Mail dann auch klappt. Naja. Ein schönes Wort an uns allen. Ich bin schon tot. Ich sage danke gleichfalls. Und dann meint er noch, PS, hätte ich das mit meinem Neffen eher gewusst, dass er in Korea unterwegs ist, hätte ich ihn jetzt, also ihn jetzt in Tokio auch gerne mal nach Tipps ausquetschen dürfen. Ja. Der Gag ist, ich wusste ja, ich habe es auch eben erst erfahren, wie er schon weg war. Also es ist auch so, da ist auch, meine Eltern sind auch ein bisschen verstimmt, dass die Kommunikation so gerade nicht existiert, weil das solche Sachen könnte man den Großeltern ja auch mal erzählen und überhaupt mal seit einem guten Vierteljahr mal wieder reden. Also ich weiß nicht, warum und kann jetzt nicht sagen, warum und wieso genau, weil es mich eigentlich auch wundert, weil das eigentlich der Umgängliche von meinen beiden Neffen ist, wenn man so will. Aber da hat er offensichtlich gar keinen Bock gerade gehabt. Ja, mal abwarten, wird sich hoffentlich schon mal wieder ändern. Schauen wir mal. Aber gut, so, sind wir durch. Damit, und ich kann sagen, die Stunde haben wir ja schon locker geknackt, das ist lang genug. Deswegen muss ich ja nicht mehr viel sagen. Was nächste Woche kommt, habe ich ja schon gesagt. Wetter habe ich auch schon gesagt. Meine ganzen anderen tollen, wichtigen Themen habe ich auch schon erzählt. Gucken wir nochmal zur Gaudi. Das Airgerät ist immer noch nicht bestellbar. Verdammt. Also das Add-on ist noch nicht bestellbar. So rum. Egal. Ja, und wie immer, die nächste Blah-Folge, weil wir da schon dabei waren, brauche ich natürlich Material. Wenn es geht, bitte bis Freitag, 8 Uhr. Und das entweder in die YouTube-Konklinie oder noch sehr viel lieber als E-Mail an bla-mit-ha-at-kernspieler.de Und damit sind wir, glaube ich, eigentlich durch mit allen wichtigen Sachen. Ja. Also hoffe ich auch, dass ihr ein allgemein stressfreie, nicht zu heiße Wochenende und Woche und Gesundheit und alles so habt, so wie es sein soll. Und ich natürlich erst recht. Und damit dann, ja, machen wir es kurz und kompakt gleich. Bis nächste Woche und damit Tschüss. 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 Tschüss.